Anleitung für das Lied I need more of you. Das ist im Vierteltakt. Wir machen es mit einfach einer Bassbegleitung. Beim G-Dur ist die Bassseite die oberste Seite, das ist das G. Beim D-Dur nehmen wir aus Bassseite die D-Seite und beim A-Moll nehmen wir aus Bassseite die A-Seite. Das ist das G-Dur. Das ist das G-Dur. Das ist das G-Dur. Das ist das G-Dur. So geht es das ganze Lied durch.